Hallo, ich bin Firas und das ist Mohamed. Mohamed ist Facebook-Freund von mir, aber er kann es nicht mehr auf Facebook schreiben. Genau wie viele Menschen heute. Viele Menschen sind in Syrien heute gestorben. Ich bin heute sehr traurig. Ich mache heute keine Comedian-Video. Ich weiß nicht, wie kann ich mein Gefühl jetzt erklären oder sagen. Ich weiß darum, dass ich diese Leute nicht vergessen kann und was dort los überhaupt nicht vergessen kann. Heute, der 29. April 2006, ist der erste Tag seit über 1000 Jahren, dass die Leute nicht in die Moschee gehen kann. Warum? Weil es einfach so viele Fassbomben überall. Das, was mit dem Syrer dort passiert ist, hat nicht ISIS gemacht. Die Fassbomben und der Attack sind alle von der russischen Armee und der Assad-Armee. Es gibt kein Deutscher dort, der gestorben ist. Es sind nur Syrer. Aber ich bitte euch, vergesst die Syrer nicht. Vergesst Syrien nicht. Vergesst Aleppo nicht. Dankeschön. Dankeschön.